Schauen wir mal. Da werden sie sich auf die Fall in der B-Lane orientieren. Er muss auch move'n! Foy next! Nein! Er macht's! Eieieieiei! Was war denn das? Und somit hat der Nose Kings den sechsten Punkt mitgenommen. Und somit hat er die erste Map als Gewinner. Aber was war da los im Bunger? Was war da los?